Jo moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von vier Teilen des ADAC Total Energies 24 Stunden Rennen auf der Nürburgring Nordschleife Positions Teil 2 von Teil 4 Let's go Um Elfter wird ASO mit Fontes, Leopard und Leopard Dann wird Zwölfter, Bolaslev, Heber, Beckswemmert und Tiefer Dann 13. Breuer mit Chris Mies, Ortmann und Born Dann 14. Dainter, Krusanoffki Zusammen mit Jodexnis, Scharmach und Koch Dann wird Fünfter, Dörr, Hanske zusammen mit Whiskyerchen Dahinter auf 16. Wurstmann, Grieche, Krise und zweimal Lachmeier Dann wird 17. Jesse Krohn zusammen mit Klingmann und Alexander Simms Dann 18. Dahinter Marco Engel, Gunnen zusammen mit Daniel Foucatea Und dann 19. Gries, Griesemann, Grönne, Fahret, Volze und Felix von der Laden Und 20. Da wird Heier, Stängel, Mettler und Böckmann So das war's vom 2. Teil von 4 Teilen des ADAC Total Energies 24 Stunden Auch der Nürburgring, Nordschleife mit den Positions So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da Vergesst kein Abo, dann nimm jetzt die Glocke, die nicht vergessen zu abonnieren Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel Und bis deiner guten Ways, ciao! Ich hole